Ich grüße dich, schön, dass du da bist, zu einer neuen Lesung aus dem Lichtwelt Verlag, empfangen durch Jan Johannes Kassel, aus dem Buch Befreiung, Seite 107, folgende. Mein Name ist Daniel Janang, sei herzlich willkommen. Die Dämme brechen, die Engel vom 6.9.22 Zeit der Prüfung Geliebte Menschen, legt die Furcht ab. Gott und die himmlischen Mächte sind mit euch. Schreitet durch diese Zeit der Prüfung mutig hindurch. Ihr seid nicht alleine, sondern umgeben von euren Lichtgeschwistern aus den unsichtbaren Reichen. Wir geben euch Halt und wir machen euch Mut. Das ist eure Verabredung auf Erden. Jetzt seid ihr gefordert und ihr seid auf diese entscheidenden Tage der Menschheit in vielen vorangegangenen Leben und vor dieser Geburt vorbereitet worden. Jetzt geht es darum, das Spiel zu drehen und dem Licht näher zu kommen. Dafür bedarf es der Wahrheit, der Wahrheit, die jetzt mit allen Mitteln unterdrückt wird. So geschieht es nun, dass die Dämme brechen und es zeigt sich das dunkle und bösartige Gesicht der Herrschenden. Niemand kann heute noch seine wahren Absichten hinter einer Maske verbergen und so werden sie erkannt. Das ist ein sehr schmerzvoller Prozess für jene, die diesen Menschen vertraut haben. Und diesem Prozess widersetzen sich innerlich derzeit sehr viele Menschen. Das ist der Grund, warum es noch nicht zu einem Kipp-Effekt gekommen ist. Das ist die Ursache dafür, dass sich der Wandel in die Länge zu ziehen scheint. Die meisten Menschen werden weiterschlafen und in die Vorgaben der zukünftigen Matrix einwilligen. Eine beträchtliche Anzahl von Menschen wird das aber niemals tun. So werden sich am Tage, der nahe ist, die Welten trennen und ihr werdet einander nicht mehr kennen. Verbündet euch und steht zusammen. Jetzt geht es darum, dass ihr eure Meisterschaft erlangt, dass ihr Kraft eures Willens dem Himmel signalisiert, was ihr wirklich wollt und wofür ihr einzustehen bereit seid. Was ihr derzeit erlebt, ist eine Übergangsphase, die den einen hinunterzieht und die anderen anhebt und erhöht. Worum es jetzt geht, ist deine Entscheidung zu treffen. Dann wird dir göttliche Hilfe zuteil und der Himmel beginnt für dich auf Erden zu intervenieren. Alle Regierungen, die dem System der Lüge dienen, stehen auf tönenden Beinen. Wird euch das bewusst, dann ist die Zeit reif für den Wandel, den ihr euch verdient und erarbeitet habt. Bleibt mit dem Herzen im Gottvertrauen und haltet eure Augen offen. Trefft die notwendigen Entscheidungen und wisset, das Ende der Lüge und der Triumph der Wahrheit sind nah. Wir stehen euch bei, vertraut und handelt euren Eingebungen gemäß. In unendlicher Liebe, die Engel Alles Liebe, deine Daniel In unendlicher Liebe, deine Daniel